Nimm die Tür aus! Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Part 2 von ELITES Trollmap Und jetzt müssen wir eine Tür aussuchen. Welche nehmen wir? Scheiße Ich, ich, ach komm Ich nehme, warte mal, ich nehme den rechten Dann nehme ich die linke Oh nein, 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 richtig, richtig You choose the right door, steht hier Äh, geil, fuck you Nein There's no liver or wisdom You just wasted five minutes Jetzt wirklich? Ja Nicht einer, nein, nein Musst du dich auch umbringen? Ne Was musst du machen? Ich bin einfach jetzt rausgekommen aus diesem Exit-Ding Dann bringe ich mich schnell um Ey, nein, Mann The maze of madness This is madness Madness, this is Sparta Kennst du das? Ach, bist du jetzt im Helm und bist du jetzt reingedampft? Nirgendwo Geh mir hier, geh mir hier Ah, ne, warte, wir wollten da durchgehen Ah, fuck Du hast mich gerade reingeschaut Sorry Geh mir hier ins, ins The maze of madness, okay? Äh, ja Oh, scheiße Warte mal kurz Das sieht richtig hart aus, weil das mit Leitern und hoch, runter und was weiß ich ist Das ist geil Wo bist du? Hängst du oder was? Ja, ja Da, oh, hier bin ich So, maze of madness Ja, nicht dein Ernst I hope you have a good memory Oh, scheiße Ich will hier mich verpacken eiern Oh, scheiße Hier gibt's schon zwei Möglichkeiten Ja, das heißt so oben und da hin oder? Scheiße, Mann Lost yet? Ja Geil Okay, nee Ich hab jetzt zwei Sackgassen Okay, das sind zwei Sackgassen hier Das heißt, wir müssen den anderen Weg gehen Wie sind wir hingekommen? Wir sind die Also müssen wir da Oh, Spack Ja, gell Ja, okay Wow Geht's hier weiter? Warte mal Sonst geht's hier nirgendwo weiter, nee Da geht's runter Da geht's runter, fuck Und da geht's auch runter Und da geht's Hoch, runter Hier geht's dreimal runter Shit Have I been here before you ask Oh, scheiße, warte Nee, hier ist Sackgasse Oder warte Ja, hier ist Sackgasse Ich nehm jetzt den Weg hier mal Ich nehm's dann, ich Das heißt, den mittleren haben wir noch nicht Der mittleren dürfte auch eine Sackgasse sein Hi, Max Also, bei dir geht's nicht leid Doch, zwei Wege Oh, nee, einer Bei mir Oder? Warte, scheiße, Mann Ja, ein Weg Oh, scheiße Ich hab keinen Plan mehr, wo ich bin Laufen wir einfach irgendwie random durch, oder? Irgendwann wird man schon finden Also hier, wo ich bin Wann gedacht bin Und jetzt Da geht's Scheiße, wo bin ich jetzt Bin ich jetzt da hochgekommen? Oh, scheiße, Mann Wir müssen ne Redstone Torch finden Und ich weiß, wo wir sie hinbringen müssen Also ich weiß, wo wir sie hinbringen müssen So viel ist gut Ist geil Oh, ich hab hier ne Kiste Hey! Hey, ich hab die Redstone Torch Okay, perfekt Warte, hier Du musst hier hinkommen Versuch nochmal zurück Zurückzulaufen So weit wie du noch kannst Erinnerst Okay Äh, ich hab schon keine Ahnung Das sind viel zu viele Leiter So ein bisschen, so ein bisschen erinnern Musst du dich ja Ich weiß, wo du rauskommst Hier kommst du raus Ja, ja, perfekt Okay Jetzt musst du hier runter Ach, da bist du lang gedankt Und jetzt musst du Hier lang Hoffe ich Warte kurz Warte mir nicht folgen Ich glaub, ich bin falsch Ja Scheiße Warte, warte, warte Aber hier war's auf jeden Fall irgendwo Woher kommen wir Da Ah, ja, oder? Warte Komm mir da her Da, da, komm mir her Da, komm mir her Okay, warte, dann ist es doch irgendwo anders Hier geht's Weil da war die Kiste, wo ich die Witze noch faktisch gefunden habe Vielleicht warte mal ganz kurz Ja, hier hoch, hier hoch Du musst hier hoch Hoch Hier lang einfach Halleluja Jetzt hat sich die Metalltür geöffnet Hier wieder irgendeine Jetzt müssen wir raus Jetzt müssen wir wieder raus Das finden Yeah Warte, wo kommen wir noch mal her? Scheiße, Mann Ah, ich hab's, wo wir herkommen Oh, ich steig gerade an der Tür auf der anderen Seite So Ja, ich glaub, zum Riesen weiß ich noch Sack, du Sack hast du? Hier lang Hier hoch Hier Hier Name, Name, hallo Immer im Namen orientieren Oh, fuck Hä, wo bist'n du? Ah, shit, ich bin da wieder hochgedoppt Oh, mir ist jeder Name, aber ich komm da nicht dran Ah, ah, hi So, warte, jetzt hier hoch Dann wo? Gerade die einzige Leiter Selber Selber So, jetzt sind wir hier Und jetzt müssen wir hier zwangsweise runter Ähm, ah, und jetzt hier hoch Ähm, ah, voll verpackt So Jetzt sind wir hier wieder raus Ja, das ist gut Und die Tür hat sich Noch nicht geöffnet Okay, vielleicht müssen wir mehrere Sachen finden Ähm, geh mal hier rein, oder? Wo, wo? Hier Oh, scheiße, okay, warte Ähm, da muss man, da muss man Hebel drücken Ich hab'n gedrückt Aber da reckt man dann halt Aber das macht ja nix Also, die ist, die ist jetzt immer noch nicht Aber wir haben schon zwei Sachen geöffnet, irgendwie Jetzt müssen wir noch ins Letzte Und vielleicht öffnet sich dann die blöde Tür Fuck, da muss man extrem hoch Ach, das heißt, glaub, irgendwas zu Roof of Witness Kann sein Keine Ahnung, ich hab's gar nicht gelesen Aber die Leitern Die Leitern sehen hier übel gechillt aus, irgendwie Das sind einfach nur so Holzbretter Eigentlich Boah, hier bräuchte man echt Nitro, oder? Oh, scheiße, wir sind oben Oh, scheiße, nur ein korrekter Ich gehe auf die andere Seite mal Oh, kack, hier sind übel viele Türen Shit, shit Hä, irgendwelche Pistons hab' ich grad Welche Pistons mach' ich hier? Ah, warte, du steuerst hier meine Türen Mach nochmal Warte mal, ich ste- Alle Hebel sind jetzt bei mir auf null Okay, warte, jetzt bei mir auch Ah, warte, warte, da war's grad Ah, hab's Also, mein Rätsel hab' ich Oh, scheiße Fuck Scheiße, geh ich jetzt links oder rechts? Ich geh- Oh, warte, warte, stimmt Ich hab, okay, ich weiß gar nicht mehr, wo ich langgegangen bin Egal Scheiße Scheiße Fuck Fuck Scheiße, Mann Das ist so ein Kack Okay, warte, ich bin falsch gelaufen Zwei Sarkassen hab' ich schon gefunden Äh, ich noch nicht Alter, ey Ey, hier gibt's, was weiß ich, wie viele Möglichkeiten 16 Möglichkeiten oder so Guess what? Wrong way Ach, fuck, Mann Okay, du läufst richtig Oh, echt? Ich hab meinen Hebel umgelegt Wo bist du mal langgelaufen? Rechts oder links? Bist du hochgehüpft? Nee Nee Okay, okay Warte, 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 warte Ach, da ist einfach nur ein Leber, oder wat? Ja, da war nur ein Leber Ich nenn dir mal Leber Wo bist du hier langgelaufen? Rechts, links? Fuck Ich glaube, hier lang Ja, hier Ja, hier Okay, warte Also, ich hab den Hebel runtergemacht Ah, ja, oder? War gescheit Das TNT geht eh nicht hoch Und jetzt Jetzt wieder zurück, oder? Einfach Oder wie? Ja, oder? Ja Ich denk mal Oder warte kurz, bleibt kurz einer oben Bleibt kurz einer oben, oder? Egal, kannst doch mit runterkommen Weil der Weg hier so ewig ist Weiß gar nicht mehr Nice, war näher Wow, mach hin, ey Boah, mach hin, ey Warte mal Die sollten dann Wasserbetten installieren, sollen dann hätten einfach runterspringen können Ja, die Eisentür ist offen Das ist schon mal erfreulich. Alle drei Eisentüren. Achso. Das waren drei Eisentüren hintereinander. Congratulations. Wenn du so weit hast, das bedeutet, dass du nicht mehr so weit hast und dein Computer verbringst. Ich hätte das noch nicht fertig. Nein. Nein, nein. Du hast eine Chance, du? Ich habe es auf der anderen Seite. Niemand weiß. Okay. Oh, scheiße. Was? Wow, wow. Schön. Alter. Scheiße, bin runtergefallen. Und jetzt? Ah, da gibt es ein Leiter. Ah, da ist ein Leiter. Gut. Ich war schon fast hinten, Mann. Hinten wird es voll schwer. Da musst du über zwei Dinger springen und dann musst du auf einem Ding landen. Egal, packt man. Nur man sieht hier voll wenig, gell? Also ich sehe relativ viel. Ich weiß nicht, oder? Ich bin einfach zu empfindlich. Ach, der hätte ich Doppelsprung machen müssen. Er ist als erster Schaft, oder? Fuck. Egal, packt man. PAM PAM. PAM PAM. Woa, ich habe. auch okay warte legen muss erst mal hin ich habe mich schon zwar eingelegt aber egal was ein brennt was ein brennt was ein brennt keine ahnung egal wie soll das gehen hier ist nicht irgendwie eine druckplatte ein hebel oder ein knopf das muss einfach mal aus nein so geht es nicht neun kommt nicht viel weiter warte mal alles warten er wurde alter den sieben er gar nicht machen fahrgabend ist die feststellung also für einen das hinkriegen wer will der glückliche sein und nur schieben dürfen egal warte ich drücke einfach mal die dürfen jetzt alle draußen sein oder hast du es nein 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 ich brenne gerade und das lasse ich gerade erst mal reaktivieren ich konnte jetzt so schön loslassen das ist für Assi das ist für Assi alter mach mal alter mach mal warte kurz warte kurz ich unterbreche kurz aufnahme also kurzer cut jetzt versuche ich es auch nochmal eben okay das ist irgendwie scheiß Assi das ist hart schwer man na verdammt ey das geht doch gar nicht alter ich komme höchstens bis zum zweiten alter fast geschafft du hast gut reden boah scheiße ich stehe sicher oder ja aber du kannst doch da komme ich rüber da komme ich rüber warte das machen wir jetzt noch in der Aufnahme sorry dass ich unterbrechen musste kam gerade Anruf rein und jo yeah alter hör auf zu brennen willst du jetzt einfach durch die Lava rennen naja hab ich ne andere Chance oder mach mir mit die Strindschunt wollen die mich verarschen ey warum brennt hier alles frage ich mich gerade auch deswegen bin ich vorhin gereckt oh komm alter oh fuck ich hab gar nichts in den Wecker gemacht weil der ist aber eigentlich schon zu Ende ja ja ich weiß aber egal alter ne man das ist zu hart hier aber egal ich pack das auch noch irgendwann du würdest eher sagen neue Erfolge äh ja ja warte noch einmal versuche ich es noch okay aha okay ich sage während ich verbrenne danke fürs Zuschauen kommentiert bewertet abonniert mich wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns nächstes mal hier bei der Bridge of Seas und dann jo danke fürs Zuschauen ciao tschüss Peders kann